Herzlich Willkommen, Oakhurst, 25 Kilometer vor Yosemite, ihr seht es schon hier an unseren Klamotten, wir sind nicht mal am Meer, es ist auch nicht mehr warm, es ist vielleicht 10 Grad, es ist nicht unbedingt das, was ich so toll finde, es hat auch geregnet in letzter Zeit, aber es macht alles nichts, weil ich habe einen ganz tollen neuen Freund gefunden, und der ist der hier. Es ist ein World Famous Talking Beer, aber er spricht leider nicht mehr, vielleicht liegt er in den Temperaturen. Ja, wie geht es mir? Eigentlich ganz gut, ein bisschen platt auch, weil wir in Bakersfield in einem schlechten Hotel oder nicht so tollen Hotel geschlafen haben, zwar kleines Geld, aber das war mal nichts, dann haben wir heute ein bisschen am Auto rumgefrickelt, Ölwechsel, ist dann doch nicht so einfach für den Diesel, Yamis hatten sich ein bisschen schwer getan, Aber morgen soll es ja in den Park gehen, und dann wollen wir mal gucken, wie es da aussieht und vielleicht noch Schnee liegt und über das eine oder andere Foto schießen kann. Ja, bis dahin, tschüss! Schleifstraße! Tata!